Hei, und herzlich willkommen bei den Pokémon-Wirtzahn. Irrenhans und... Keine Ahnung. Weg, weg, weg. Hey! Irrenhans. Moin. Warte mal, sind die Pokémon jetzt nicht geheilt? Hä? Warum ist jetzt Irrenhans vor dem Neues? Ähm, das ist Unlicht, ne? Dann müsste das ja sehr effektiv sein. Yo, Digi, das ist gut. So. Ice Fang. Kein Problem. Komm mal weg, komm mal weg. Und dann nochmal ein Training-Kist. Und wir sind durch, ne? Wow, Mikro... Nein, nicht wegfallen. Mikrofon. Bleib einfach. So. Warte, was setzt du jetzt ein? Braille-Dip. Oh Gott. Äh, gut. Struggle-Bug. Nice. Das ist irgendwie Psycho oder so. Was? Was singt? Äh, Special-Attack-Felder ist gut. Ja, Psy-Beam. Habe ich schon Folge-Folge erwähnt, was mit dieser Animation falsch läuft. Aber alles in Ordnung, ne? Special-Attack ist gesenkt. Wir bekommen wenig Schaden. Nochmal. Bro, die ich muss los. Mach gar keinen Schaden mehr. Na, nice. Aber gut gelöst. Ich glaube, der hat nur zwei Pokémon, oder hat er drei? Nein, das sehen wir gleich. Jö! So, nice. Besiegt. Katharina. Wir brauchen unbedingt nämlich unsere Elektro-Pokémon gegen den Chef. So, äh, den haben wir schon, ne? Oh, krass. Voll krass, die Natur, ey. Jeet! Das wird sicher wirklich schwämen. Run away. Oh, we should walk away. Walk away. Ich dachte ganz am Anfang, wie wir von den Ninjas da im Wasser angegriffen werden, dass, dass irgendwie so der Rivale ist, oder so, der kommt jetzt auch so hergesurft. Ist ja voll lustig. Aber was auch lustig ist, ist, dass alle Trainer einfach schwimmen, und du einfach immer nur surfen kannst, weil du einfach nicht schwimmen kannst. Das ist so dumm eigentlich, oder? Also, dass es nicht zumindest fünf andere Trainer auf der Route gibt immer, die halt selber auch surfen, weil sie nicht schwimmen können. So, und dann haben die alle nur Wasser-Pokémon. Wie dumm ist denn das? So. Nur wenn ich Wasser-Pokémon habe, kann ich schwimmen. Ah. So, es wäre mal cool, wenn die halt einfach alle so Pflanzen-Pokémon haben. Einfach nur, just for the fun. What? 36? Alter. Swagger. Swagger ist ein keiler Name. Ja, wir fliegen trotzdem. Candice Cape, ja, ja. Unser Attack ist Sharpie-Rosen. Das heißt, wir können jetzt einfach für die Steel Wings gehen. Okay, das hat halt zweimal. LOL, er pustet nochmal in Attack. Mann. Furry Swipes. Das ist eigentlich so ein lustiger Name. Furry. Furry Swipes. Fury, ich weiß, aber... Es ist Furry. Können wir uns drauf einigen. Mann, ich wollte die Frocke eigentlich instant mit dem Kampf da beginnen. Snapped out of confusion. Jetzt habe ich dreimal doppelt gesteigerten Angriff. Das heißt, wow, du bist tot, Bruder. Okay, Aquatel. Steck dir das sonst wo? Ja, crit, 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 den kann ich auch, ey. Das nervt einfach. Warum habe ich überhaupt das nächste genommen? Das ist so stupid von mir. Aber Hauptsache, ich als Beats einfach. So, why not, ne? Ja, tot. Dass ich von einem wilden Viech nichts finden kann, nervt einfach mal. Wow. So, aber jetzt kommt der, ne? Wow, Titanic! Okay, das ist einfach geil. Das können wir uns fangen, vielleicht. Na ja, schauen wir mal. Das bekämpfe ich jetzt. Buried in the ground. Mist. Also, ich gehe mal davon aus, dass es auch Stahlwasser ist. Na, keine Ahnung. Ähm, wir probieren einfach jetzt mal den Ball. Äh, nicht Pokémon. Da, Beutel. Pokeballs. Greatball. Bitte, ich will Titanic. Vielleicht ist ihm der Superball nicht fancy genug. Look, my heart will go on near far wherever you are. Man. Ah, Billy. Wow. Titanic was caught. Titanic K, aber das ist mir egal. Okay, das ist einfach nur Eis. Das ist cool. Das ist geil. No. Ich meine, wir könnten es eigentlich statt, ähm, wir haben noch einen Platz. Ah, na ja. Aber es gibt ja den, also den unbenener Dingsbundesmann. Sehen wir den E. Jetzt kommen wir die, 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 die Dodum. Da, die Dodum. Hiya! Hokage heißt er. Ninja Boss Hokage would like to battle. Nice, Bruder. Nice. So. Thunderbolt. One-Hit-Print. Easy. Was willst du jetzt machen, hm? 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 Was willst du? Ah, nice. Ja, in jedem Fall, glaube ich, spielen wir besser, wenn wir uns im Elektrik gucken. Also, ich meine, gegen Garados brauchten wir es umso mehr als jetzt gegen das, glaube ich. Aber, in fact, what will I do? So, jetzt muss er heilen. Und dann muss er nochmal heilen, aber dann kann ich ihn outspeeden. What means that I got the keys? Jetzt reicht er hin, Donner-Schock. Oh, er macht nochmal. Er macht auf Unhehre. Na, wie der will. E-Critical-Hit. Ja. Und jetzt kommt mein Thunderbolt und du wirst dir denken, ha, 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 ha. War ja nur ein Crit. Kommt nochmal sowas? Sterbe ich ja nicht. Aber ich bin keine KI. Ha, ha. So, jetzt hat er noch Garados. Wow. Sehr desinteressiert eigentlich. Außer es outspeeden mich. Das wäre jetzt natürlich ganz schön blöd. Ja, aber das sollte one hinten, weil Donnerblitz, 80er Stärke, Step-Boom sind 120, dann doppelt sind 240, doppelt sind 480. Das heißt, no, I don't want to swap. Oh, in der Kana, schön. Sind draußen 140, äh, 240 Damage, ne? So, aber einfach mal überlebt, weil Gönnung und so. Aber ich schätze mal, er ist jetzt wieder in der Hyperdrankfalle. Also wenn er heilt, ist er wieder auf demselben HP wert. Wenn er aber nicht heilt, ist er tot. Ja, so wie jetzt. Oh, er hat nirgends. Loll, das ist die Weiterentwicklung. Von dem, äh, war das der Stahlprogrammer? War das Schwerttanz, oder was? Oh, shit. Okay, ich bin im nächsten Turn tot. Okay. Aber es kommt nicht zum nächsten Turn. Ciao. Ja, Hokage. Mit einem Pokémon habe ich dich besiegt. Ich möchte jetzt nichts Falsches sagen. Mussini. Ich hoffe, die lassen mich jetzt viel mehr in Ruhe, ne? Ist das jetzt eigentlich die Vorentwicklung von dem... Weil das ist ein Kunai. Ähm, das andere ist dann schon so ein Advanced Kunai. Keine Ahnung, wie man das dann nennt. So ein Dolch. Warte jetzt. Heizt du meine Pokémon? Ja. Ja. Weil ich dachte mir schon so, da jetzt nochmal ne Route dranhängen. Ich mein, wir können da jetzt nochmal leben. Nachdem wir jetzt wieder Fuller sind, können wir da ein bisschen in die Richtung scouren. Ja, das ist ein Kunai. Das ist definitiv die Vorentwicklung, oder? Von dem anderen. Also das heißt, das hat dann drei Entwicklungen, die alle dann Wasserstahl sind. Schön. Charge Beam. Was heißt? Ladestrahl. Ah. Geil. Neuattacke für mein Ehrenbiert. Neu. Ich meine, ich brauche im Moment, Donnerblitz ist gefühlt für mich die stärkste Elektroattacke, weil sie trifft halt öfters als Donner zum Beispiel und hat halt mehr AP, das heißt Donner trifft selten, hat zwar mehr Damage, aber. Donner ist eigentlich so ein Meh, das muss man nicht unbedingt. Gott, der ist. Bitte verbrenne, du blödes Team. Ach, egal. Woher? Das ist Psychogenese, oder? Psychik. Psychik. Ciao. Das Schöne ist, ich kann jetzt gleich wieder rausgehen und heilen, weil mein Starter ist schon wieder so weak, einfach. Oh, Travelling, oh, Pokémon bin heilt, thanks man. Ne, es wird schon jetzt aber wieder mal der schwächste Pokémon. Also unser Ehrenmax, der ist halt wirklich mega lahm. Der sollten wir jetzt mal trainieren. Ich glaube, das machen wir jetzt hier. Ich schaue mal den Timer, sonst im Schlimm, also wenn jetzt nur mehr 5 Minuten, also 5 Minuten, okay. Wir gehen jetzt zwei Schritte weiter, also wir schauen uns noch die Umgebung ein bisschen an. Und dann trainiere ich meinen Ehrenmax und so, allemal auf Level 36 oder so, dass da mal ein bisschen was weitergeht. Ich denke mal, das ist ganz fair, so. Weil, oder, ich meine, ich könnte es auch sehen, aber ich finde es jetzt nicht mega interessant. Wenn ein YouTuber das gemacht hat, hat mich das nie gestört eigentlich. Special Attack Rolls, oh shit. Hm, nicht sehr effektiv. Oh Gott. Aber jetzt ist es da. Boi. Keine Ahnung, ich finde es ein Typ war, was auf Unlicht und wir können ja mal in Pokédexen wenn ich schaue. Pokédex. Ja, es sieht eigentlich behindert aus, ganz ehrlich, da bin ich schon ganz schön froh über die Starterwahl. Das sieht echt schon cool aus. Oh, wir bleiben bei unserem Boi, glaube ich. Ist die Katze eigentlich nur normal? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Okay. Äh, ich möchte euch jetzt nicht, dann jetzt. Ähm, ja, ne, nerven. Wir gehen jetzt einfach noch, bis das die Folge aus ist, macht vielleicht den einen Trainerkampf da noch. Und dann gehen wir, also dann werde ich ein bisschen offline trainieren. Wäre natürlich schade, wenn sich, äh, Ermax denn entwickeln würde. Oh Lord. Das haben wir gerade in Pokédexen angesehen. Weil ich weiß, den Typ traust du nicht. Das Geile einfach an dem Pokémon ist, dass es jetzt so ein Wildschwein dann irgendwie ist. Also, weniger in Affe einfach so, schau dir mal das Gesicht an. Das ist einfach ein Wildschwein. Somit. Oh nein, mein Ehrwurm wurde getötet. Oh, shit. Wat ist da da los? So. Hier, Mann. Komm mal hier, Mann. Ähm. Es wird schon ein Kampf sein, oder? Ja, ne. Hat gereicht. Grr, grr. Tschau-sen. So. Oh, haben wir besiegt. Ist alles fein, ne? Hyper Potion. Dann machen wir den auch noch, den Kampf da mit dieser schönen Dame. Tanz Kure. Cooles Pokémon. Habe ich früher schon alle gefangen, ne? So. Moin. Oh, fau-bi-bi-bi-bi-bi-bi. Dü, 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 dü. Also, ich weiß nicht viel, aber ein Kampf Pokémon gegen Flug Pokémon sollte man vielleicht nicht so kämpfen lassen. Also, Ehrenbärz, komm rein. Komm ran an die Olga, ne? Ja, sehr effektiv, Bruder. So, du könntest expecten, dass man, ja, austauscht. Aber wir sagen jetzt nix. Einfach Sanderbolt, Sanderdolt. Und dann tot. Dead you are a bitch. Ah, nice. Achso, Corsoriv. Das ist Corazon. Keine Ahnung. Ob's noch Wasser ist. Sieht so aus. Nice. Cool. Unser Start ist so overleveled. Cell Kit. Keine Ahnung. Ran an die Olga. Das reicht. Keine Ahnung, wieso. Was das für ein Typ ist oder was. Aber, wie ihr gesehen habt, ist es gut. Es ist einfach gut. Timer wird jetzt gleich ablaufen. Deswegen machen wir den Kampf noch fertig, weil wurscht, was passiert. Und Timer schalten wir jetzt aus. Eine Minute hätten wir noch. Kampf machen wir noch. Dann ist die Folge zu Ende. Dann trainiere ich meine Pokémon ein bisschen. Geiler Scheiß, Mann. So. Machen wir jetzt einfach Revenge. Aua. Brody. Danke, Max. Was war das? Also, Metal Whip. Also, das ist wie so ein Metall Schlinge. Also, keine Ahnung. Also, Metall Wickel, meine ich. Genau. Das würde ich sagen. Aua. 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 Was ist das für ein Type A? Ich weiß es nicht, was ist sicher ein normaler Effekt. Das sieht so aus, auf jeden Fall. Ich sieht Armor. Ich säure Panzer. Defense, Rose Sharpie. Aber nicht deine Special Defense. Du musst fokussiert bleiben. Poison Touch. What? Ach so. Das funktioniert umgekehrt auch. Also, sowas wie. Wie Statik. Oder so. Funktioniert auch, wenn du den anreißt. Damit fühle ich schon scheinbar halt. Oh Mann. Gift. Einmal surfen. Bitte. Mottreichen. Hier. Ja. So. Okay. Freunde. Wir trainieren jetzt meinen Bro. Vor allem Ehren Max. Weil er ist halt behind. Und Ehren und Hermann, glaube ich. Na, Ehren Hans. Die zwei. Und Ernestine. Die drei trainieren ich jetzt mal so ein bisschen höher. Dass man da wieder was machen kann. So, dass sie nicht useless sind einfach. Gut. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Könnte ein wenig dauern. Denn ich nehme allweil drei Stücke. Also drei Folgenstücke auf. Das heißt, die drei werden jetzt relativ schnell kommen. Dann müssen wir noch gucken. Dann passt. Dann bin ich heute Jindog. Und ciao. Geh? Hier.